so meine lieben rund freunde 11 märz 2021 die runen des tages diesmal heute abend aber lieber spielen als gar nicht ganz gut da kann ich euch direkt jetzt sehen wie die runen den tag ja begleitet haben so als erste karte habe ich irgendwas und gezogen der samen verantwortung für den samen übernehmen verantwortung für die selbst für seine eigenen handeln sich um den samen kümmern das ist irgendwas und fahren so also die schule verantwortung übernehmen sondern auch entscheidungen intuitiv ja fällen so dann habe ich reise bekommen das ist die runde der reise es gab heute viel reise wie ich mir schon gedacht habe vier kilometer geschrubbt gute sache viel bewegung heute gehabt so dann now dies die runde des bedürfnisses also sich um die bedürfnisse kümmern die man hat also die runde des geschenkes der austausch der energie der austausch von sachen geschenk selbst liebe liebe das passt so dann so video die runde der sonne das sonnenlicht der sonnenstrahl erfolg sieg das trifft auch zu heute zu fahren erfolgreicher tag es hat die sonne geschienen schau selbst vertraut selbstwert war hoch die runde des hauses der vorfahren also die ernst ist die runde des konzentrierten und fokussierten energien also die energien und gedanken waren heute fokussiert also es war ein erhöhter fokus da so zusammen sowie lo und offer habe ich zusammen interpretiert als ja führung oder weil sowiel ist ja eine führung tun also eine runde der füße der der führung der geleitung und in zusammenhang mit offener habe ich das als die vorfahren leiten mich heute meine spirit guides leiten mich heute die sind immer neben mir so habe ich als die portiert und die war so also kann man nicht sagen super tag gehabt so dann habe ich gezogen hagelas die habe ich geklärt mit isa so was bedeutet das zusammen das ist einfach eine katastrophale stagnation katastrophale pause chaotische pause unheilbringende pause unheilbringende chaotische blockade aber nicht wirklich dergleichen war was heute sondern es war einfach nur stürmisch wie es auch das regnet man auch bestimmt immer noch gut für meine allergie schlecht für die ganze lkw sie umgekippt sind so dann haben wir mal aus das ist also die runde der sozialen interaktionen sozialen kontakte zwischenmenschliche kontakte super einwandfrei war so super heute ich habe einen kollegen getroffen mit dem bin ich zusammen hochgefahren die ganze mit dem unterhalten jetzt stehen wir zusammen zusammen feiern gemacht super kollege und er ist wieder immer sehen sollte schau dort grüße ging raus ja einwandfrei so dann habe ich bekommen per term workstaff ich kann nicht erklären also so wie ich es normalerweise interpretiere sind das süchte und schlechte angewohnheiten hängt vielleicht mit meiner ernährung zusammen das wäre das einzige was ich mir vorstellen könnte ansonsten kann ich mir das nicht erklären so und das letzte karte gesundheit und physische und mentale stärke ist wird wieder super top vor allem mit der allergie habe ich heute keine probleme weil es nur geregnet hat es hat auch die sonne geschehen also war schöner mix und ja auch physisch und mentale stärke war war vorhanden da hatte ich schon andere tage gehabt also aber heute war alles so und und morgen ist freitag morgen geht es nach hause und damit soll es heute gewesen sein von den runen des tages habt noch einen schönen rest donnerstag mit euch sein und bis zum nächsten